Das wird eng, da muss er, da muss er erstmal ein Gefühl kriegen, ich glaube, der fährt alles im ersten Gang hier. Keine Nummer, weil das ist eng, aber er hängt sich aus, fast am Boden, super, jawohl. Ja, nicht schlecht hier, das sieht cool aus, schönes Dockling, ich glaube, er fährt alles im ersten Gang, möglich, super. Aber cool, cool, schon einmal hat es gesagt, scheiße, ich habe verloren. Das ist ja mal, der fährt, der fährt, gar nicht so langsam, das sieht gut aus, das ist langsam, wie es ist. Er sagt, fährt genau am Peter Kallert, wenn ich ihn, ist er fertig. Der Mann ist Peter. And we just had a bet, I told you. Doing a 29 now, so it's right awesome with this bike. Doing some fast. Let's get that second gear, second gear, first gear. Ja, now he's getting used to the track, no? In the moment. I hope we have enough video material for that. That's great, it's great to see you on this. Ich bin gern zum Training. Auch da hat er natürlich. Prost an der Strecke. Ja. Aber das... Ja, da ist schön, wie er gerade ist. Ja, 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 sehr geil, sehr geil. noch mal einen dicken Applaus hier für Tobi ja, ein bisschen Kummi das brauchen wir hier das war eine geile Chance im Portionell hier was wir tun ja, ich stehe noch mal hier jawohl Stopi, jawohl dicken Applaus hier dicken Applaus Stopi zum Schluss, jawohl perfekt thank you very much Tobi nice, nice show you da müssen wir gleich mal gucken was er für Reifen fährt Jungs, schaut mal